Die meisten Menschen sterben an den Folgen von Übergewicht. Warum ist das so? Überleg mal, billiges Essen, so Pizza, hast du nicht gesehen, kostet einen Euro, weißt du? Was denn jetzt los? Was ist denn? Leute, wir spielen schon, ne? Vor allem das Geile ist der Bronze, der kommt von Amoklauf auf Fressen, der sich jedes Mal selber bei Frosta-Essen holt, weißt du? Das hat alles mit der Gesellschaft zu tun, ich meine... Geil! Garage! Ich leuchte aufm Amok wegen falschem Essen, alles klar. Bronze, du bist mal... Weißt du, noch eine Sache zum Schluss. Letzte Sache zum Bronze, ich werde das nicht mehr vergessen. Bronze, äh, wobei bei Alex im Handy steht, dass in München 60 Grad sind. Was sagt der Bronze? Ist näher am Äquator. Du gehst nicht so auf der Welt, sind 60 Grad, Alter, ey! Nimmer der Wüste! Ja, erzähl mir nix. Drei, zwei, eins... Die Runde zu Ende, weißt du? Drei, zwei, eins... Hallo liebe Freunde und Herzen, willkommen zu meiner neuen Runde, hier im Haus bei Rainbow Six Teach. Wir haben gerade schon fleißige Diskussionen hier eingetrieben, warum denn Bronzo heute uns an den Sieg führt, oder zum Sieg führt und... Ja, Bronzo, warum führst du heute zum Sieg, ne? Weil ich erstmal die Kamera jetzt hier zerstöre. Ja, cool. Man muss sagen, der Major ist heute wieder dabei. Genau, Major, hallo! Patrick hat nämlich heute keine Zeit, wie auch in den letzten Wochen nicht, aber gut. Kein Problem. Wir wissen Bescheid, wir merken uns das. Und Dennis und Tobi sind dabei. Könnt ihr die Garage aufmachen? Ja, ich hab aufgemacht. Linke Seite, Linke Seite, Dennis, das bringt mir nichts. Links geht nicht, hier geht nicht. Mach, ich mach. Scheiße, ey. Ja, auf jeden Fall von mir auch herzlich willkommen. Ganz kurze Erklärung, das ist eine neue Aufnahmesession. Der gute Patrick hat zu diesem Zeitpunkt leider Gottes Besseres zu tun, als euch zu unterhalten. Und deswegen ist er nicht der Fall. Nee, da... Einfach der Patrick, ist okay. Nice, Kronze. Der Patrick, der hat Männerbesuch und deswegen kann er nicht, oder was auch immer der macht. Oh, nice. Ihr könnt rein, ihr könnt rein, ihr könnt rein. Der Kronze ist doch da. Echt? Ja, ich denk schon, weil da sind zwei Leute gestorben. Und ich denk, da ist keiner, oder? Rechts. Ich sei mich mal ab da, ne? Rahim Allah. Okay. Dann platzieren wir das Ding. Oh, oh, oh. Oh, die rechts um die Ecke, rechts um die Ecke. Hier, komm rein, das Bons hält. Boah, hinter dem Schild. Alter, ich hab mich so erschrocken. Hinter dem Schild. Pass auf, Kronze. Erdgeschoss, Treppe runter Garage. Okay, ist platziert, ist platziert, ist platziert. Tut mir leid, ey, das war dumm. Okay. Tobi? Oh, nice. Das wollte ich grad sagen. Alright, Ladies and Gentlemen. Okay, wir müssen mal wieder ein bisschen reinkommen. Ja, Tobi ist auch wieder am schlabbern. Ich freu mich, dass ihr dabei seid. Vielen Dank, dass ihr nach 110, 120 Folgen Rainbow Six immer noch dieses Let's Play so gerne seht. Und das ist echt schön. Ne? Hammer, ey. Und danke für eure Tipps immer noch. Also zum Beispiel, dass man Kapkan unten befestigen soll und so weiter. Oder dass wir alle scheiße sind. Ja. Aber ich weiß, ihr schlagt immer so viele Tipps vor. Ihr wünscht immer, dass wir die Klassen wechseln. Ihr wünscht das und das. Aber genießt es doch einfach als... Also klar, ihr sollt konstruktive Tipps in die Kommentare posten, aber genießt es doch als Unterhaltung. Ja, wir wollen ja für euch was spielen. Aber Klassen wechseln ist ja nicht gut. So ist man ja nicht eingespielt, ne? Ja, eben. Bei den CSGO-Pro-Teams hat ja auch jeder eine Main Orb, also Main Sniper und den einen Entry-Frager. Also derjenige, der direkt den ersten Frag holt. On-Spot, ne? Ja. Also den Eingangs-Frager sozusagen. Ja, ja, genau. Es gibt halt Entry-Frager. Es gibt Teams, die dann extra Entry-Frager suchen sogar, ne? Als Spieler. Es ist alles... Jeder hat seine Rolle, ne? So muss es schon sein. Ja, so bilden sich ganz eigene Strategien in jedem Spiel, ne? Jetzt geht's wieder los. Pizza-Bronze. Billige Pizza ist schuld, man. Stolz, du? Ja, Leute, das haben wir jetzt so gerne serviert, dieses Outtake, aber das mach ich nicht. Weil, das würde den Brunzen, glaub ich, peinlich berühren. Okay, jetzt schneide ich rein. Sind, dass das ein bisschen näher am Äquator liegt. Das schneide ich rein, liebe Freunde. Okay, zack. Westen liegen hier, Freunde. Falls ihr Bock habt. Kevin. Machen wir, danke. Danke, du willst du immer. Tobi, kommst du mit mir wieder rüber, da in den Gym? Ja, klar, Alter. Soll ich hier zu machen? Ja, warte, mach mal hier zu, Major. Guck mal. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Hey, wo schli. Okay, ja, dann komm mal rein da, Tobi. Wait, wait. Kommt dazu da. So. Vorsicht, Major, geh mal weg. Geil. Habt ihr alle eure Besten? Ja, ne? Jo. Jo. Wie viel hast du eigentlich davon, Major? Wie viel hast du eigentlich davon, Major? Drei Stück immer. Drei? Jo. Hier ist einer. Curry, der alte Kaffner. Wollen sie erstmal einen Glory holen? Ja. Ein ganz großer, damit da auch reinpasst, Tobi. Ja. Hab einen? Über uns quasi, der ist gerannt, genau über uns hier. Okay, du hast die Treppe. Da. Jo. Ich hab die Treppe. Da kommen wir nicht durch. Warte. Kann man erst durchschießen. Erstmal entlüftet er. Glaub nicht. Pass auf die Tür auf. Kaffee Maschine. Okay, ich glaub da ist gleich Action, Tobi. Oh je. Aber guck mal auf die Tür. Guck mal auf die, äh, Treppe meine ich. Hier kommt keiner Major. Ich bin, ich hab die Treppe, Jungs. Ich hab die Treppe, ne? Ich bin auf der Treppe. Ne, das ist die falsche Treppe. Wir haben hier auch noch ne Treppe. Ich setze den Herzschlagsensor ein. Genau hier oben ist einer. Direkt über mir. Guck mal, der Bronze markiert immer schön, ne? Hier. Penismann. Was? Jo. Das ist nicht gut, ey. Fuck, Alter. Ja. Ah! Oh mein Gott. Schnell, 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 der kommt Treppe. Äh, der kommt die Treppe runter, Jungs. Der kommt die Treppe runter. Okay, das ist gut. Ich hab den, ich hab den aber angeschossen. Vorsicht, ich brauch dich mal hier. Komm mal her. Guck, dann schieß ich hier durch, durch die Wand. Komm mal her. Da, wo man in der Leiche liegt, Tobi, ist der, ne? Naja, der Curry hat da, glaub ich, einen Bezug. Ich hab den Gang schon, Leute, ne? Ihr braucht ihr nicht safen. Ja, aber bei uns ist ja grad keiner, deswegen, äh, es geht für mich. Ja, ja, ich sag den nur. Oh, Tobi. Boah, hier. Und die Luke, Alter. Ja, du machst Wand, ich mach Klappe. Deswegen lass hier die Treppe machen, guck durch die Wand ruhig. Boah, Luke. Welche Luke, Alter. Ich mach auch. Über dir, über dir ist ne Luke. Da oben, ja. Hier, warte mal, ich markier mal Curry. Da ist einer. Wo denn? Ach da. Müsste Treppe sein, oder? Scheiße. Der hat die Kamera gefickt. Ich hoffe, was spawnst du die Treppe? Kannst dich da einfach durchgesaugen. Major, guck mal, hör mal zu. Ich sag dir, wo der ist, wenn du hoch gehst, ist links und rechts ein... Einmal ein Ausgang aus dem Haus und links geht's in die, in den... Der Curry an der gesprengten Wand ist auch einer. Und der ist links, Major, weißt du? Jetzt direkt hier, aber komm. Ja, genau. Achtung, der spreng noch mal. Ja. Hast du bestimmt die mitgekriegt, ne? Komm Treppe, komm Treppe. Der kommt gleich rein. Warte, der guckt, ne? Scheiße, hat die Kamera kaputt gemacht. Wie sieht's aus mit der Treppe, Bronzo? Ja, homophob, ey. Ne, der ist über dir, Major. Der muss über dir sein. Aber der muss ja hier kommen. Also ich hab den ja. Der ist wieder zurückgegangen. Hier ist keiner mehr. Der ist praktisch über dir, Major. Ah, doch, doch. Nee, nee, warte, warte. Rechts, 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 unten, rechts, unten, rechts, unten. Ja, ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen. Aber ich... Du musst jetzt erst mal jemanden klar machen. Magazin wird geladen. Da, da! Beine, Beine, Beine. Nice. Ah, fuck, man. Ich war am Nachladen. Einer ist im Gym drin. Ich hab ihn gar nicht mitbekommen, ne? Was, Alter? Der Bronz hat ihn. Hast du wie... Hä? Ach, genau in dem Moment, Alter. Ne, der ist ein Major. Der muss unten sein. Zwei Seiten Major, oder? Oben? Einen Moment. Er ist clear. Ich glaub, der andere ist oben gewesen. Warte mal. Ja, ja, alles klar. Wir machen was. Jury auch tot? Ja. Okay. Bronzo, guck mal, ob der Treppe kommt. Hier nicht. Also hier war ich gerade, oder? Hier ist keine Sau. Du Nakelärm, Bronzo. Ne, der ist Katrona gejumpt, oder? Ja. Sauber, Bronzo. Nice, 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 nice. Junge, was ist denn hier los? Bronzo ist, Bronzo ist voll on-spot, Alter. Na klar, Alter. Ja, Bronzo prediktet heute on-point um die Kurven, damit er nämlich in den Corner an die Enemies fighten kann, Alter. Ich bin in die Eier geschossen, vor allem, weißt du? Ja, ich hab den auch einmal in die Eier geschossen, mit der Pistole, Alter. Direkt in die Nüsse rein. Das hat da auch vorne ein Arschloch, ey, geil. Boah. Aber Dennis, der Kill war geil, ne? Der war nice, ey. Aber, Junge, warum spielst du... Dennis hat's gar nicht mitbekommen so, weißt du? Beine, Beine, der ist schon tot. Warum spielst du eigentlich mit Schalldämpfer? Ähm... Weniger Rückstoß. So, okay. Aber ist doch nicht so gut, weil die Kugeln dann noch nicht dann erreichen so gut, oder? Wenn du gut schießen kannst, dann brauchst du so viel... Ja, du machst zwar weniger Schaden, aber wenn du halt Headshot platzierst, dann machst das keinen Unterschied. Du kannst dir einen Headshot geben, oder dann zweimal Kopfhör, oder oben... Also, so viele Schüsse brauchst du ja nicht. Deswegen... Glaub nicht, dass das ein krasser Unterschied ist ohne. Da wollen wir doch mal schauen hier. Let's take a look. Äh, es kann sein, dass zu diesem Zeitpunkt oder in der nächsten Folge die neuen Operatoren da sind. Echtet? Die neuen Operatoren? Die kommen erst im August. Also unten ist nix, Keller ist nix. Aber das Problem ist, bei uns seht ihr die ersten Mitte August. Oh. Enes, ich hab grad gesagt, du sollst nicht runterfahren, man. Oben, 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 oben. Achso, sorry, Doristen. Ja, man. Wie heißt es dort? Kiwi. Erst, äh, Schlafzimmer. Aber ich glaub, das ist der Raum, wo die Cambo hochkommt, links, ne? Ja, genau, das ist der Raum, glaub ich. Jury. 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 Jury sind die gegenüber vom Badezimmer, ne? Fuck it. Jaja, genau. Obwohl, warte, ne, was heißt? Kann man das Lamellenfenster nehmen? Ja, doch, doch, genau, genau. Oh, da erwarten die ja noch, wahrscheinlich, Lamellenfenster. Dieser eine rote Raum, kennst du den ja, ne? Also nicht schlafzimmer, sondern eine andere große. Hast du denn noch Abstellraum rennen, weil da so Sachen liegen? Okay, da oben ist Castle, zack. Ja, guck mal, da ist schon Castle. Major, geh hier, Major, geh hier. Warte mal, da ist das Fenster auf. Ähm. Geht's im Lamellenfenster? Ja, pass auf, ne? Jajaja. Wait a second. Hast du eine Hilfe, Major? Ne, ne? Ne, ne, alles gut. Boah, ich wurde entdeckt, toll. Kameras nicht vergessen? Ah, ja, ich hab sie. Warum treff ich sie nicht, alter? Muss ich jetzt schon? Ist schon kaputt. Naja, aber nicht. Bist du mit mir auf meiner Seite? Ich hab die kaputt gemacht. Ich schieße die ganze Zeit auf ne Lampe, alter. Ich schieße die tot. Oh, ne, ey. Der Oberno wieder. Okay. Hier ist das, ne? An diesem roten Schlafzimmer. Du hast gerade ein Fenster eingeschlagen, ne? Ja. Was auf denn das, ey? Äh, die haben nicht vor Handy geworfen hier. Ah, ne, es war Tobi okay. Warte, ich spür mal rein. Ich hab ein Gefühl, dass hier einer drin ist. Hey, kannst du mal ihm die Drohne durchführen? Einer ist im Badezimmer. Hey, ich guck mal, ob ich den von hier holen kann. Ja, Bronzer da. Hey, kannst du mal den Drohnen? Ne, der sitzt am Klo. Ich hab eine Drohne schon benutzt, aber die ist kaputt. Ah, okay, ich komm mal zu dir. Warte mal. Der sitzt am Klo. Weißt du, wo das Klo ist? Rechts direkt in der Ecke. Also, äh, hier. Ja, ja, genau. Hier ist keiner drin, Major, oder? Ich weiß es nicht. Da war keiner direkt drin, aber kann jetzt wieder rein, dass da einer reingegangen ist. Also, ich feuer mal rein. Warte mal. Woah, fuck, alter, was? Ich hab gar nichts gesehen, Mann. Shit, ey. Woah, zuck, zuck, zuck. Gase, Alter. Woah, Nitro-Hindy. Ja, 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 ich hab's gemerkt. Woah, nein. Okay, ich muss riskieren. Woah. Nee, du musst nix riskieren, warte mal noch. Du kannst wirklich sterben, Alter. Woah. Was haben wir bei uns? Hab einen. Okay, ich geh jetzt rein. Okay, okay, komm. Woah. Woah. Was haben wir gemacht, Dennis? Einer noch rechts, rechts, von uns rechts. Rechts, von uns rechts. Hier durch, oder nicht? Oh nein! Hä? Oh, Alter. Hattest du das von mir machen? Ja, da ist er, genau. Hol den beiden, von beiden Seiten. Hier in den Raum. Genau. Links noch, links. Jawoll. Der Akkubohren kam wieder zum Alter. Sorry. Tobi, was hast du denn gemacht, Alter? Ich hab nur rechts gehört und hab Schritte neben mir gehört und dachte, das wäre der. Und, als ob ich was dafür könnte machen. Aber Major hat schon wieder den Tobi getötet. Das zweite Mal ja schon. Nee, nee, ich hab den Major getötet. Oh, das ist grad Major hat. Ich hab nur gehört rechts, rechts, rechts und hab Schritte neben mir gehört und dachten mir, okay, das kann, den hole ich mir jetzt. Was nehmen wir? Ich dachte, Major ist Putschismal. Lass mal auch oben nehmen. Okay. Boah. Ich hab immer die Möglichkeit, den Major zu ziehen. Hä? Leute, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Mach mal kurz Statistik. Bronze 7-0? Ja. Der Bronz ist da und oben. Der Bronz ist da und oben. Bernd, Alter, was denn da los, Digga? Ich hab keinen Lauf, Alter. Bernd, Alter! In der Sonne hat er Dükenmo aufgeladen, ne? Der Bronz sieht zur Zeit aus wie ein Streichholz, was wir denn wissen. Bronz hat's doch gesagt, Pizza führt dazu, dass man gut schießt. Und von daher... Habe ich gesagt. Aber sie holen noch immer schöne Pizzabrüche, weißt du? Pizzabrüche. Ich hab gesagt, Pizza gibt die Stärke davor, äh, davor, äh, vor, vor, vor dem Spiel. Wieso? Wieso nehmen wir mal den Raum, wo die grad verloren haben? Ich versteh das nie. Umgekehrte Psychologie. Ja, hier gibt's eh noch drei Räume, ne? Oh, ich kleb euch mal hier einen hin, jo. Die fahren hier schon wieder lang mit ihren Scheiß-Kameras, ey. Ihr sind doch alle bescheuert. Jo, Westen! Ja, jetzt kommt er mit Westen, weißt du? Hör de Wurst du. Ich hab grad noch ne Wand hochgezogen, Tobi, deswegen hat's ja ein bisschen vertreten. Hey! Alter! Irgendjemand hat mich getroffen? Meinst du, die gehen auf B, ja, ne? Fünf Sekunden. Gelegt in B. Wie soll man das denn? Reugenpissbären. A oder B auf jeden Fall. Oh, ey. Geil. Barricade up? Ey, die sind aus Richtung Garage gespawnt, glaub ich. Ja, ja. Die wollen, glaub ich, hier rein, oder? Na, ah. Ich krieg ein bisschen offensiv. Oh! Oh! Die Wand ist fertig! Flop! So, wie soll ich dich hier einbunkern? Wat? Einbunkern? Was ist ein Bunker? Achtung, Bonze, die Tür da ist auch. Mhm. Hier sind zwei Stück bei mir. Oh, es kam hier reingeflogen. Oh, fuck, ich kam hier nicht raus, oder? Boah, Bonze, ey. Aua, Aua! Sniper haben die. Lamellenfenster, oder was? Nee, äh, der ist geradeaus durch. Ah, okay. Ja, Karl, scheiße, ich komm nicht mehr raus. Einer ist unten drinnen. Warten. Was heißt unten? Haupttür, oder was? Schön? Ja. Sauer, Bronzer, Alter. Boah, wie er Rage quittet, Alter. Schreibt mal ganz kurz die, äh, die Kameras. Alter, ist das nicht ranked? Geht er weg, oder was? Okay. Was da an ist? Aktives Verteidigungssystem, Mann. Hier bei B ist alles clear, Leute. Also, äh, bei A. Die müssen jetzt zu B kommen, eigentlich, oder? Ich hab auch unten alles geklärt. Unten ist gar nichts. Aber beim Lamellenfenster ist einer, ne? Ich sehe nix. Also, da hinten ist einer, ne? Echt, beim Lamellenfenster ist einer? Ne, ich sehe da niemanden. Die haben Sniper, ne? Pass auf, Tobi. Okay. Major. Ich weiß nicht, ob die Sniper, aber irgendwas hat mich davon angeschossen. Ja, der ist einer auf dem Dach gerade gewesen, glaube ich. Sensor aktiviert. Ja, genau. Der ist hier, genau über mir, auf dem Dach. Guck mal. Ah, das gibt's doch nicht, Alter. Schlafzimmer. Wo, Curry? Ist er drin? Boah, der stand am Fenster. B, 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 B am Fenster. Kann aber sein, dass er mittlerweile drin ist. B am Fenster zwei Stück. Hab ihn. Bin tot. Loi. Ja. Der hängt am Fenster beim Kinderzimmer. Zwei Stück sind das. Zwei. Boah. Hier bei mir, als einer. Hab einen. Der, ne, der steht da. Der andere steht da auch noch. Wo steht der? Der war da auch noch drin gerade. Ah, fuck. Wo ist der? Mächer, schlafzimmer. Ruhig. Rechts, Mächer. Rechts, 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 rechts. Links und rechts, ja. Ne, ist nur noch. Achso, es sind noch zwei. Ja, ja, ja. Ja, der muss links sein, Mächer. Oder? Einer rechts und links. Ey, die campen, die campen, die campen. Ja, kannst du nicht. Einer links und rechts, ne? Hast du nur noch einen Rushlein, oder? Rechts, rechts, rechts. Ah, schade, schade, schade. Mist, Alter. Ich wusste nicht mal, wo die Bombe ist. Also links oder rechts sieht man das? Ja, ich hätt den eigentlich facen dürfen, Alter. Ach, der hat sich geholt. Guck mal. Oder ne, wie hieß das hier? Nee, du musst den Kopf mal entschärfen. Ja. Achso, die haben einen Diffuser und ich muss draufholen. Ja, klar. Okay, dann wollen wir mal da. Ich mach den hier. Guck mal den hier. Guck mal Fusey da. Hey, Kevin. Die Fusey, hör mal. Jetzt, Leute, jetzt alles oder nix. Obwohl, nee, nee, warte mal. Scheiße, ich nehm ein bisschen, äh. Ich hier. Du hättest nicht aus dem Raum rausgehen dürfen, Mächer. Dadurch haben sie sich in der Mitte so festgenagelt, ne? Haha, du, ey. Wie viel war denn? Wer? Tömeid. Ich meinte gerade, weil links war ja einer und rechts, weil du bist ja aus dem Raum rausgejumpt, so, ne? Meinst du mich? Ja, war jetzt fatal, ne? Bin ich rausgejumpt? Haha. Bin rausgelaufen, ja. Oh, die sind im Keller unten in der Garage. Ja? Jo. Haben wir wieder Termite Mute, ja, ne? Ja, locker. Ne. Doch, haben wir Mute. Hä? Scheiße. Vom Main Lobby seiner. Körbi, äh, weißt du, wie man die, äh, wo man die Garage aufmachen muss? Die safen die Luken, ne? Die safen die Luken. Ja, äh, wenn du drauf guckst, links. Ja. Ja, genau. Wir brauchen auch Tobi jetzt bei den Garagen. Ey, das ist geil, Körbi, Mann. Wo muss ich denn da joinen? Baustelle, Flussdok, Baustelle, ne? Ja. Ähm. Ne, ne. Flussdok. Flussdok. Flussdok, ja. Ist Flussdok eigentlich ein Nebenort von Rostock, oder? Flussdok. Also eine Main Lobby ist auf jeden Fall einer, nur dass es wisst. Habe ich die Kamera schon kaputt gemacht? Okay. Ist ja mühsitastisch. Okay, Tobi, dann mach mal dein Job. Nicht das Tor, das andere. Ja, ich weiß schon. Kann er da so rüberwerfen, wenn du wirst. So, jetzt ab. Alles klar. Habt ihr gehört, Main Lobby? Jo. Ich komme mal zu dir. Oh, da ist direkt ein Schild, warte mal. Lass mich erstmal den Raum überblicken, bevor da... Oh, jetzt hast du mal einen Wurstsalat, Alter. Wo genau Main Lobby? Ah, fuck, Mann, ey. Wägt sich gar nichts, ey. Fuck, Mama. Hier, hier. Hey, Curry, hast du eine Granate gegen das Schild, und damit... Ich hab keine Granate, ne. Ich hab keine Granate, ne. Ey, wo ist die? Ich komme mit dir mal. Fahr mal mit der Kamera rein. Bin ich gerade. Da sitzt einer rechts wieder um die Ecke vorhin, wo der schon da war. Guck mal, Curry, der ist hier, in dem Winkel. Aber sonst ist der Raum relativ frei. Also hier ist keiner. Hier ist keiner rechts um die Ecke. Warte, Curry, ich hab Drohne. Ja, können wir. Warte mal, lass mich mal kurz mal reinfahren. Komm zu euch wieder, Leute. Können wir auch wissen, wo der ist. Hier ist er sauber auf einmal. Okay, mach ich, okay, mach ich. Wo ist der, Bronze? Bronze, der sucht die... Warte, warte, warte noch nicht. Jetzt sucht der mich. Komm, komm, komm. Ja, jetzt hat er mich, hat er mich. Er ist down. Warte, jetzt muss doch da einer angekommen. Okay, legen, legen, legen. Bei B, Curry. Ich lege. Du hast die, du hast die Ladung. Ich lege. Ich hab die Tür hier. Safety Eingänge, genau. Machen wir hier ein bisschen Stress da. Pass auf, Curry, dahinter ist irgendwo. Ja, ich weiß, ich weiß. Hier, die Tür gehört mir. Ihr könnt die Wand beobachten. Höhen haben wir. Scheiß Allah. Okay, bei mir sind zwei. Alter, der ist rausgekommen. Fuck, Alter. Wir müssen eh hier runter. Okay, der ist draußen. Der nimmt direkt den Außer, 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 Außer. Nee, warte, warte, warte. Lass uns hier bleiben, Major. Boah. Nice, 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 nice. Alter, 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 alter. Sehr gut. Boah. 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 Das war schon gewollt, ey. Boah. Ja, Leute, das war ne neue Folge Rainbow. Ich, C und V und B und Leertaste und alles gerade auf einmal gedrückt, glaube ich. Danke, dass ihr dabei wart. Ähm, was haltet ihr von den Jungs eigentlich, wenn Rainbow Six ein bisschen früher kommt? Finde ich gut, ey. Tobi? Was meinst du mit früher kommt? Äh, 17 Uhr? Ja, können wir machen. Ja. Ey, Tobi, das ist doch ein Mann vor dir. Ey, das ist doch voll geiler. Zieh die aus, Tobi. Deswegen wollt ihr den Nippel sehen. 17 Uhr war's gezogen, ja. Bin angezogen, tschau. Ja. Alle zwei Tage, 17 Uhr, Leute. Beim Tobi auf dem Kanal, beim Major nicht, äh, beim Bronzer auf dem Kanal, beim Curry und bei mir. Macht's gut, tschüss. Ja, tschüss. Penis.